und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu plunderstorm natürlich an das dort wir haben jetzt revue einen tag nach release von dem ganzen ab stufe 10 gibt es ein reittier da ich ein mount sammler bin will ich natürlich mindestens dieses pferd haben ich glaube hierbei noch mal gucken meine fresse lasst auch die leute ja noch mal in den typen stehen das ist den ihr fucking ernst jetzt meine irgendwo hier genau selber nahe gezeiten hängt man sich den schon angucken hier auf jeden fall nicht gut dass ich den chat so das gute ist auch wenn man verliert gewinnt man zumindest an ruf naja wir gehen mal hier unter und schnappen uns direkt die kiste hier eine fähigkeit einkassiert noch eine sehr schön das gott hat da liegen lassen so mit den goldmünzen machen wir kein level ab aber wir haben dann zumindest noch münzen um was beim rüstmeister zu kaufen später irgendwann ach der macht was bis dahinten hin ok stufe 2 sind die zonen noch in beobachtung halten ok ist grad nix das gefühl als würde gleich eine über mir landen hat die zone kommt sehr gut dann laufen wir weiter das ist der lise das möchte doch anwesend wieso das level 1 litte das macht aber nicht über haben als brauchen wir kennt ja deswegen schnappe ich mir den doch auch kann halt nicht ach den muss ich sogar gedrückt halten dann ist ich besser ja ok ok nebenher mache ich noch ein bisschen ruf für was anderes ja halt doch gedrückt mein gott vergessen es immer gedrückt sein bin ich habe mein praktisch noch nicht wirklich gespielt eigentlich so gut wie gar nicht ok das kann man sehen lassen ich soll jetzt nochmal wieder regenerieren yo 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 da hinten ist einer am feiten ich bleibe mal eher hier statt mich da mit denen anzulegen ich glaube der kommt nachher hier weil er mich hier drüben sieht natürlich wenn ich nur die kleinen hier abgreife nicht wirklich gut aber naja auch er lässt eine fähigkeit droppen die ist wenigstens eins besser zurück wieder leben jetzt an den gold typen wollen wir nicht ran weil er wirft nur die leute an so wie ihn jetzt der level 6 ist natürlich über mir und ich werde eiskalt weggepast naja er hatte schon ein paar epische fähigkeiten ja da wo ich lande gehe ich lang was anderes kann ich nicht machen ich bedanke mich fürs zu sehen bis zum nächsten mal ciao